Hi zusammen, heute geht es um ein Thema, das wir auf dem Kanal bisher kaum behandelt haben, obwohl es zur Informatik dazugehört. Wie kann das sein? Es geht ums Internet of Things. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört, das sogenannte Internet der Dinge zu Deutsch. Und ja, den Begriff gibt es wirklich. Aber ich glaube, der Begriff wird stark vereinfacht momentan. Und deswegen möchte ich in diesem Video so ein kleines bisschen was richtig stellen, was alles zu Internet der Dinge dazugehört. Es geht um die Technik, sozusagen ein Überblick, was da alles dazugehört und was eigentlich alles auch wirklich dahinter steckt. Was es alles vielleicht gibt, nicht unbedingt, sondern eher eben die Technik dahinter. Wir sind hier auf dem Tutorials-Kanal, da machen wir halt Informatik-Kram, ja. Ihr sollt hier ein bisschen Überblick bekommen, was ihr alles braucht, wenn ihr in das Gebiet einsteigen wollt. Und das, ja, ist natürlich auch wichtig. Eigentlich bezeichnet also IoT alles, was hilft, Objekte miteinander zu verkoppeln auf einer Netzwerkebene. Und damit fangen wir an. Wir wagen einen kleinen Blick in die Geschichte heute, denn angefangen hat alles in den 2000ern. Hört sich komisch an, aber es gibt seit den 2000ern eigentlich offiziell das Internet der Dinge. Und zwar wurde in den 2000ern RFID-Chips entwickelt. Für zum Beispiel Transport. Das ist quasi wie Routing im echten Leben, ja. Man hat quasi ein Objekt und das muss von, sagen wir mal, China nach Deutschland kommen. Und, ja, dort dann eben halt irgendwie verwendet werden oder ausgeliefert werden. Und das kann einfach sein. Es kann aber auch sehr, sehr kompliziert sein. Denn man hat nicht unbedingt immer eine Ladung an Objekten, die immer an denselben Ort müssen. Und deswegen hat man sich gedacht, Mensch, dann packen wir einfach auf verschiedene Kartons, die quasi zum Beispiel alle nach Deutschland müssen, packen wir einfach RFID-Chips drauf. Und dann wissen wir direkt, wenn wir diesen Container zum Beispiel scannen, wo das ganze Zeug hin muss. Und das hat die ganze Inventarisierung extrem verleichtert. Auch das Ganze, den ganzen Transport hat das extrem revolutioniert und hat eigentlich schon seit einigen Jahren jetzt stattgefunden. Aber es ist natürlich auch dazu da, dass man zum Beispiel Verlust vermeiden kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel sehen, ist das Ding noch angekommen oder ist es halt irgendwo auf dem Transportweg verloren gegangen. Deswegen kriegt ihr so coole E-Mails von zum Beispiel Post etc., die euch sagen, dass was verloren gegangen ist und dass sie leider nicht wissen, wo das Ding eigentlich hin ist. Aber sie finden halt den RFID-Tag nicht mehr und deswegen ist es halt einfach weg. Genauso funktionieren übrigens QR-Codes. Und jetzt sagt ihr vielleicht, aber QR-Codes haben doch überhaupt nichts mit Internet der Dinge zu tun. Und doch eigentlich schon so ein bisschen. QR-Codes werden schon sehr viel länger eingesetzt. Also quasi QR-Codes. Nicht unbedingt die echten QR-Codes, die wir jetzt heutzutage kennen. Aber es gibt ja schon länger solche Scan-Dinger. Und das ist eigentlich auch schon zur Inventarisierung gemacht gewesen und war quasi ein Vorläufer von den RFID-Chips. So, und das Ganze war natürlich erstmal sehr, sehr teuer. Man hat das hauptsächlich für größere Objekte benutzt. Dann ist es aber in den 2010ern wirklich sehr, sehr günstig geworden, um solche Chips irgendwie herzustellen. Zum Beispiel hat man dann eben sehr kleine Chips gehabt und die hat man zum Beispiel in Überwachungskameras eingebaut oder in kleinen Apparaturen zur Gesundheitsüberwachung. Das heißt, ob Menschen vielleicht gerade irgendwie Probleme haben, Blutdruckmessgerät zum Beispiel irgendwie gekoppelt oder teilweise auch wirklich einen Herzschrittmacher eingebaut, die dann im Körper drin waren, was ich immer noch gruselig finde. Das Ganze wurde eingesetzt für Aktenverwaltung, für Essensverwaltung, für Gegenstände gegen Diebstahl zu sichern. Also wirklich alles Mögliche war da am Ende dann irgendwie drin. Und man konnte plötzlich sagen, hey, ich möchte einfach nur scannen und plötzlich habe ich schon alles, was ich brauche. Allerdings wisst ihr ja, Scannen an sich, dazu braucht man eine gewisse Gerätschaft. Und das hat sich so allmählich in den 2010ern geändert. Denn ja, mittlerweile haben eigentlich fast alle Menschen ein Smartphone und jeder kann sowas scannen. Jeder kann sich mit IoT-Geräten irgendwie verbinden. Davor war die Peripherie immer sehr, sehr schwer zu machen. Und hier kommen wir eigentlich schon fast ein bisschen in die Technik rein. Wir haben sehr, sehr viele neue Technologien. Darunter gehört natürlich vor allem Bluetooth, ja, um irgendwas zu verbinden. Aber halt Smartphones als tragende Kraft von IoT natürlich auch. Ja, tragen, versteht ihr? Wenn man es tragen kann. Okay, ja, man kann zum Beispiel jetzt seit den 2020ern, also noch gar nicht so lange her, ein bisschen vorher ging das schon, konnte man die Ortung in Gebäuden durchführen. Das heißt, ihr habt ein Signal, ein GPS-Signal zum Beispiel. Und dadurch kann man auch im Gebäude drinnen euch orten oder Gegenstände orten. Also zum Beispiel irgendwie verlorene Schlüssel oder eben auch Handys. Und das wird teilweise missbraucht und teilweise auch gut gebraucht. Weil man natürlich zum Beispiel Schlüssel finden kann, aber natürlich auch Personen finden könnte. Man kann oder man hat den Stromverbrauch extrem gesenkt. Das merken wir vor allem bei Kopfhörern und Earpods. Und man hat natürlich sehr, sehr viele Produkte neu entwickelt. Das nennt sich Diversifizierung. Das heißt, wir haben mittlerweile wirklich intelligente Kühlschränke, intelligente Whatever. Ja, und das ist alles Internet der Dinge. Das heißt, ihr seht, das Ganze ist eigentlich noch deutlich, deutlich mehr. Ja, wird mittlerweile übrigens auch dazu genutzt, um eben Sensor-Aktor-Systeme ein bisschen mehr zu etablieren. Dazu kommen wir aber gleich noch. Also nochmal ganz kurz zu dem Beispiel oder zu den realistischen Beispielen, die es tatsächlich schon gibt. Es gibt zum Beispiel viele Küchenmaschinen da draußen. Und wenn man jetzt so eine Küchenmaschine verwendet, dann hat man manchmal das Problem, man weiß zum Beispiel nicht, was man alles braucht. Man weiß nicht, wie ein Rezept geht und dafür gibt es haufenweise Apps, das ist klar. Aber viel cooler wäre es doch, wenn man es direkt in der Küchenmaschine angezeigt bekommt. Deswegen gibt es zum Beispiel Küchenmaschinen, wo ihr dann tatsächlich gesagt bekommt, Ey, mach jetzt deinen Kürbis rein, mach jetzt, keine Ahnung, Milch rein, mach jetzt Kaffee rein, was weiß ich. Und am Ende kommt halt irgendeine Suppe bei raus. Das heißt, es ist wirklich alles automatisiert und in diesem Gerät drin. Man lagert es sozusagen dahin aus, dass es, ja, leichter zu bedienen ist. Und teilweise kann man sich auch einfach die Zutaten schon liefern lassen, was ich ziemlich geil finde, weil ich eine faule Sau bin. Also ihr seht, das ist wirklich ein Leben für Faule geworden mit diesem ganzen Internet der Dingen-Sachen. Und nein, ich benutze so eine Küchenmaschine nicht. Es gibt aber auch zum Beispiel Kühlschränke, auch so einen habe ich nicht, aber es gäbe welche, da kann man quasi das Essen einscannen, das man in den Kühlschrank reinmacht. Und der Kühlschrank speichert sich dann quasi, wann das Ablaufdatum ist. Klar, könnte man auch wieder mit seinem Handy machen, aber wieso, wenn man es sowieso schon direkt im Kühlschrank drin hat? Und das hilft ja eigentlich schon fast ein bisschen mehr. Und was vielleicht noch ein bisschen prominenter ist, was auch schon deutlich besser funktioniert, ist dieses Connected Cars Beispiel. Connected Cars sind quasi mit dem Internet verbundene Autos. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber mittlerweile sind Autos wirklich mehr Hightech, also wirklich Computer auf vier Rädern, als irgendwas anderes. Ihr habt eigentlich einen Computer in diesem Ding drin, einen Hauptcomputer, und ihr habt da drin extrem viele andere Systeme, also sowas wie Failsafe-Systeme, damit das Auto, falls es irgendwann mal abstürzt, eben nicht einfach nicht mehr bewegbar ist, sondern eben im Failsafe zum Beispiel trotzdem automatisiert an den Straßenrand fährt. Oder damit es zum Beispiel automatisch abbremst und vorsichtig an den Straßenrand fährt, falls niemand hinten dran ist. Da gibt es haufenweise verschiedene Systeme, die man auf verschiedenste Arten miteinander koppeln kann und dadurch das Ganze insgesamt sicherer machen kann. Man kann natürlich auch an das Auto irgendwie zusätzliche Sensoren und Aktoren reinbringen und da passt dieses Sensor-Aktor-System-Dingens sehr, sehr gut. Was ist ein Sensor-Aktor-Gerät oder ein Sensor-Aktor-System eigentlich erstmal? Nun, zunächst einmal habt ihr Sensoren. Das zeigt sich am Beispiel Auto super gut. Wir haben Kameras, wir haben Abstandsmesser, wir haben vielleicht sogar Radarscanner, die, glaube ich, jetzt mittlerweile abgebaut werden, aber es gab auf jeden Fall welche. und damit könnt ihr gucken, wie weit sind eigentlich die vor mir entfernt. So, das ist der Sensor. So, der Aktor, der ist nicht der Sensor. Das heißt, der Sensor meldet diese Daten an den Computer, der im Auto drin ist und anschließend habt ihr dann in diesem Computer im Auto drin die Berechnung, okay, was soll ich jetzt basierend auf diesen Informationen machen? Ihr wisst zum Beispiel, vor euch ist einer mit 100 kmh, ihr fahrt auch 100 kmh und er hat 10 Meter Abstand. Da müsst ihr nichts machen. Wenn ihr aber seht, dass der vor euch plötzlich abbremst und plötzlich von 100 auf 90 geht, auf 80, auf 70, dann müsst ihr auch abbremsen, sonst habt ihr ein Problem und er crasht da drauf. Und darauf basieren dann eben sehr, sehr viele Systeme. Gibt es natürlich auch im privaten Bereich, also gerade im Sinne von Temperaturmessgeräten, zum Beispiel ein intelligenter Heizkörper oder, oder, oder. Also da gibt es einen ganzen Haufen Beispiele, die wir gerne auch mal alle noch uns angucken können. So, nach der Zeit natürlich. Also grundsätzlich kann man sagen, gemeinhin wird alles, was man, was kein wirklicher Rechner des Rechners willen ist, wird eigentlich schon fast als IoT bezeichnet. Also ein Auto hat einen wirklichen Hochleistungsrechner in sich, aber wird eigentlich eher als IoT bezeichnet oder Internet der Dinge bezeichnet, als als Computer. Denn eigentlich ist der Sinn von diesem Auto nicht der, dass es ein Computer ist, sondern der, dass es ein Auto ist, aber ein Computer als System hat. Das ist ein Teil des Internets der Dinge. Und man vernetzt die Dinger sozusagen alle miteinander. Und ja, da fragt man sich natürlich, how? Wie kann ich die Sachen alle miteinander verletzen? Und das geht über Technologie. Ja, aber was genau ist da alles drin? Es ist offensichtlich mehr als nur eine Technologie. Es ist sehr, sehr viel Hardware. Das heißt Antennen, Batterien, Kameras, Sensoren generell, Wärmesensoren, Drucksensoren. All das ist Teil des Internet der Dinge. Es ist aber nicht nur, also Hardware ist nicht unbedingt mein Gebiet, deswegen spare ich das hier so ein bisschen aus auf dem Kanal, um das mal klarzustellen hier. Hardware ist eigentlich nicht unbedingt meins. Software ist aber eher meins und da muss man sagen, auf diesen ganzen Mini-Rechnern, also kleinem Auto vielleicht nicht, aber in vielen Systemen läuft ein absolut minimiertes Betriebssystem. Also ihr könnt nicht zum Beispiel auf so einem kleinen Kopfhörer irgendwie ein richtiges Betriebssystem installieren. Das wäre viel zu groß, würde viel zu viel Leistung fressen und natürlich auch viel zu viel Batterie fressen. Und da gibt es ein paar coole Optionen. Einmal haben wir Contiki, dann haben wir Android Things, dann haben wir C4, wir haben TinyOS, wir haben Riot, wir haben ARM, Embed-OS und wir haben sogar ein Windows 10 IoT, was ja tatsächlich auch funktioniert. Damit sparen wir Speicher, wir sparen Leistung, weil wir brauchen nicht viel für das Ding. Wir müssen meistens nur einen Sensor irgendwie bedienen und dann passt das schon. Und wir sparen vor allem Batterie. Wir müssen den Stromverbrauch dabei extrem minimieren. Denn naja, ist nicht so geil, wenn die Batterie von euren Kopfhörern zum Beispiel nur eine Stunde hält. Wenn die Batterie irgendwie 20 Stunden hält, dann ist es ein wirkliches Kaufargument und dementsprechend geht es auch darum. Es geht aber auch darum, die Ausfallrate zu minimieren, denn naja, man kann nicht unbedingt so gut patchen bei IoT und man muss die Dinger trotzdem sicher gestalten. Da komme ich sofort nochmal drauf. Zusätzlich sind die Dinger auch wirklich so produziert. Also generell IoT-Geräte sind so produziert, dass sie möglichst billig sind, weil naja, wenn sie teuer sind, dann kauft sie niemand. Das ist ein trauriger Trend eigentlich, aber ist so ein bisschen mit dabei. Darüber über dieser Betriebssystem-Ebene liegt das Netzwerk und die Kommunikation. Das heißt, häufig haben wir irgendwie Bluetooth oder Wi-Fi, aber es gibt natürlich noch sehr, sehr viel mehr Netzwerktechnik, die da rein zählt. Aber es ist extrem wichtig, denn das sind alles Protokolle und Bluetooth ist ein wirklich riesiger Protokoll-Stack. Das sind mehrere Protokolle. Das ist nicht nur TCP, IP, also quasi wie TCP auf Schicht 4 oder IP auf Schicht 3, sondern es ist halt so viel mehr. Und ja, da wird es dann auch irgendwann sehr, sehr komplex und es gibt wahnsinnig viele Optionen und das Ganze wird immer mehr optimiert. Es gibt aber offensichtlich auch Überschneidungen mit anderen Themenbereichen zum Beispiel. Mit nur den Netzwerkdaten kann ich recht wenig machen insgesamt. Das heißt, ich brauche irgendeine zentrale Verwaltung, das habe ich ja gerade schon gesagt, einen Server zum Beispiel, der die Daten auswertet, einen Heimcomputer für die Steuerung meines Smart Homes und so weiter und so fort. Aber häufig wird das zum Beispiel auch mit einem Raspberry Pi gemacht. Und das heißt auch wirklich für private Anwender das Ganze. Aber dafür muss man natürlich auch die Anwendung entwickeln. Und das sind tatsächlich sehr viele Anwendungen. Wir haben zum Beispiel Anwendungen oder Webseiten, die sowas machen. Wir haben aber auch Machine Learning, die zum Beispiel diese Daten irgendwie evaluieren können und darauf dann Schlüsse ziehen können. Wir haben generell Data Science, vielleicht auf Statistik basierend, aber nicht unbedingt auf Machine Learning. Gibt es ja auch. Und ein ganz wichtiger Bereich, den ich hier nochmal betonen möchte, ist die IT-Sicherheit. Also von IoT-Geräten, die IT-Sicherheit ist zu einem großen Teil einfach wirklich sehr, sehr furchtbar. Häufig werden einfach nur Standard-Passwörter verwendet. Das heißt, der Hersteller gibt quasi ein Passwort vor. Und naja, es wird halt niemand dazu gezwungen, es zu ändern. Man findet teilweise nicht mehr Optionen, es zu ändern. Und damit kann jeder einfach darauf zugreifen. Das ist ein bisschen schade, denn IT, ähm, oder IoT besser gesagt, könnte noch so viel mehr sein, wenn es wirklich auch sicher verwendbar wäre. Es muss ja nicht immer ins Internet gehen, sondern es kann ja auch einfach nur im lokalen Netzwerk sein. Und man kann zum Beispiel mit einem VPN-Netzwerk darauf zugreifen dann. Okay. Aber es gibt noch mehr Bereiche sozusagen, wo man das Ganze weiter spannen kann. Und die möchte ich auch mal kurz zumindest erwähnt haben, damit ihr hier in diesem Video so einen kleinen Überblick bekommt, was da eigentlich alles dazu gehört. Ubiquitous Computing ist so ein großer Bereich. Das bedeutet, wir berechnen immer basierend auf Daten, die da irgendwie reinkommen. Das ist natürlich vor allem für Autos irgendwie interessant. Das heißt, wenn die rumfahren, wird die ganze Zeit irgendwas berechnet. Aber auch für andere Sensoren, also zum Beispiel gerade, wenn wir unsere Umwelt messen permanent, dann können wir relativ schnell sagen, wie sich Dinge verändern, weil wir eben die ganze Zeit berechnen. Dann gibt es auch noch so was wie verteilte Systeme. Da muss man ein bisschen abgrenzen. Das ist nicht unbedingt IoT. Das bedeutet, man verknüpft PCs miteinander und führt dann darauf Berechnungen aus. Das heißt, man lagert zum Beispiel ein Machine Learning Programm aus auf mehrere Systeme und dadurch kann man sehr, sehr viel Leistung eigentlich sparen, beziehungsweise man kann die Leistung oder die Last verteilen und ist deutlich schneller fertig. Hier kommen natürlich auch Grafikkarten wieder zum Einsatz und extrem viel Multiprocessing. Das heißt, ihr teilt nicht nur die Prozesse auf, also auf mehrere Kerne, sondern ihr teilt auf mehrere Systeme auf und die teilen dann auf mehrere Kerne auf, zum Beispiel bei der Grafikkarte. Das ist ziemlich cool. Auch gibt es Embedded Systems, vielleicht schon mal gehört. Und zwar bezeichnet das sozusagen die sehr, sehr hardware-nahen Systeme, Das heißt, sowas wie Treiberprogrammierung zum Beispiel oder halt wirklich auf Systemen, die eigentlich in der Hardware drin liegen. Und da gibt es auch sehr viel, was man da machen kann. Und jetzt darf ich mich auf eure Meinung gespannt machen, denn, ja, wollt ihr mehr zu dem Thema wissen? Wie spannend fandet ihr dieses Thema auf einer Skala von 1 bis 42? Wollt ihr selbst in diesem Bereich aktiv werden vielleicht sogar? Dann habe ich sogar noch was für euch. Denn wenn ihr jetzt sagt, hey, eigentlich kann ich schon voll gut programmieren oder eigentlich kann ich schon voll gut mich mit dem Internet der Dinge auseinandersetzen, dann kann ich euch GetInIT empfehlen. Dort könnt ihr in über 7.750 Jobs euch ganz, ganz einfach bewerben. Oder sollte ich sagen, die Firmen bewerben sich bei euch. Denn das ist der Kniff hierbei. Ihr könnt hier einfach kostenlos, also komplett kostenlos für euch ein Profil anlegen und dann über euer Profil hier einstellen, was ihr eigentlich alles an Fähigkeiten habt. Wir haben jetzt hier schon einige Sachen gemacht und ich würde jetzt hier einfach mal das Internet der Dinge eintragen. um das Internet of Things. Und ja, in meinem Fall lasse ich vielleicht die Kenntnisse bei so 3, denn ich kenne mich mit der Hardware nicht allzu gut aus, aber mit der Software und mit den Netzwerkprotokollen vielleicht dann doch ganz gut. Und wenn ihr jetzt hier tatsächlich alles ausgefüllt habt, das heißt Perspektiven, Studium, Ausbildung, Lebenslauf und Erfahrung und so weiter und so fort, dann habt ihr wirklich, wirklich gute Chancen, nämlich tatsächlich 80% bei den Leuten, die sich über meinen Link bisher registriert haben, dass ihr auch wirklich angeschrieben werdet von einer Firma. Das heißt, ihr müsst euch nicht mehr bewerben, sondern die Firmen bewerben sich bei euch, basierend auf dem, was ihr hier alles angegeben habt. Und das Tolle dabei ist natürlich, so findet ihr tatsächlich auch den Job, der wirklich zu euch passt, der auf eure Fähigkeiten zugeschnitten ist und der auch für euch ein Traumjob sein kann. Deswegen würde ich euch das auf jeden Fall ans Herz legen. Wie gesagt, für euch komplett kostenlos. Die Firmen dürfen dafür bezahlen, weil sie euch hier anwerben wollen. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.